Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki. Schoki Banoki zockt für Bärenherz heute wieder. In der Zwischenzeit werden noch ein paar Spender eingeblendet, die jeweils 10 Euro auf das Spendenkonto geben. Und Schoki Banoki wird 10 Euro ausspielen, aber heute wird der Gewinner 10 Euro geben müssen. Ist ja auch für einen guten Zweck, nämlich für Bärenherz, die Stiftung aus Wiesbaden. Wir spielen Maxien, Speed Maxien. Und da ist der José, der Tobias, der Christian, der Pullen und der Marc. Und du bist der Sascha. Sehr gut. Und der Gewinner wird heute 10 Euro spenden. Macht ja auch Spaß, ne? Du fängst an. 25. Hier ist dein nebenbei. Das geht. Aber man sagt nicht 52. 22. 22. Kann er sagen. Ist ja ziemlich dämlich. Okay, okay. Ja, da habe ich mal 34. Da kann er auch 43 sagen. Ja, draufstehen. Maxien, du bist raus. Wie? Maxien, du bist raus. Alter! 1 und 2 ist Maxien, du bist raus. Alter, ich will würfeln. Ich will würfeln. 1 und 2 ist Maxien, muss man sich mal aufhören. Denken wir an die 3. Nein, da haben alle verloren. Du hast gewonnen. Also musst du zahlen. Nein, du bist der Erste, der rausfliegt. Es geht noch weiter. 1 und 2 ist Maxien, dann fliegt der Nächste raus. Nee, 12. 1 und 2 ist Maxien, dann fliegt der Nächste raus. Stimmt aber. Du bist raus. Okay. 4 und 3? Nee, das ist eine Mexien-Geschichte. Ja, Maxien, du bist raus. Ja, ich bin raus. Jetzt bist du noch raus. Du bist zu dritt. Würfel ich jetzt weiter? Ja, ja. Das ist ein Fobi. 6er Pasch. Fuck you. So, zwischen euch beiden. Okay, hast du jetzt 2, oder? Okay. 6er, 6er, mach. Bam! Ja, 65. Du hättest auch keine Chance gehabt, dass ihr ihn so... Du musstest aufmachen. Ja. 6er Pasch. Heb hoch. Das ist ja wirklich brav, oder? Tobi! Tobi, hier, The Morning Pie. Nein, guck mal, das ist die neue CD von The Morning Points. Darf ich zusammen auch 10 Euro, Latzen? 10 Euro für The Morning Points. Ach, musst du noch Geld verdienen? Guck mal, der Musiker hat keine Probe. Er braucht die CD, er braucht Geld. Er braucht Geld. Was sind die Musiker? 10 Euro, 10 Euro. Also, ihr habt ein Herz. Für den guten Zink. Spendet ihr auch mal was, wenn ihr wollt. Das Spend-Konto wird eingeblendet. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss. Tschüss. Klickt beim nächsten Mal wieder rein, wenn eine neue Folge online geht oder abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert dabei auch die Glocke, wenn ihr wollt, damit ihr eine Nachricht erhaltet, wenn eine neue Sendung zur Verfügung steht. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Und daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Und daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.